Ich erkläre gerade mal, wie es funktioniert. Also hier singe ich rein und das nimmt ja auf. Das ist übrigens Hochgebirgstannenholz aus dem Appenzellerland. Man hört das auch. Wir kommen vom selben Ort. Da hat es hier so blaue Tasten drauf. Und wenn ich jetzt hier den ersten Taster drücke, dann geht es los. Dann nimmt es auf. Und wenn ich jetzt wieder diesen ersten Taster drücke, dann geht es los. Dann nimmt es auf. Und wenn ich jetzt wieder diesen ersten Taster drücke, dann geht es los. Dann nimmt es auf. Kann ich den zweiten Taster drücken? Dann geht es auch los. Dann nimmt es etwas über die erste Spur darüber hinaus. Dann geht es auch los. Dann nimmt es auch auf. Und wenn ich jetzt wieder dieses Netz-Taster drücke, dann geht's los. Und jetzt kann ich eine hohe Stimme machen und etwas darüber sagen. Jetzt kann ich eine hohe Stimme machen und etwas darüber sagen. Jetzt kann ich eine hohe Stimme machen und etwas darüber sagen. Comprendere? Mit den Zähnen, mit den Zähnen klingt das so. Mit Musik 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 klingt das so. Mhm. Musik 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 Musik